Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Be Rayman Legends Weiter geht's, erstmal Soundcheck Passt So Weiter, 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 welches Level muss ich jetzt machen Habe ich das schon gemacht? Nein, habe ich nicht Bisher, da könnte ich uns in der Comic gar nicht rein wegen Ja, hätte noch nicht genügend Von den Oh Wie heißt du eigentlich nochmal? Den Namen habe ich vergessen Och nö Na Wie ich einfach mal nicht bemerke, dass da eine Feuerwand ist Nein Ah Da? Nein! Nein! Was soll? Ich muss früher springen. Das war eine Falle! Ich bin schon wieder reingefallen. Guck! Geschafft! Nein! Ja! 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 Nein! Was war das denn? Was? Okay. Wow. Jetzt habe ich ihn fast verpasst. Was? Ach, nö. Blöde Sichel. Was war das denn? Wenn du springst, wird es dann richtig. Geschafft. Ich kriege aber wahrscheinlich nicht einen Goldbukai. Dafür beruhige ich mich 300. Genau. Wie ich es wusste. Rette Elysia. Geschafft. Ach ja, da war ja was. Wie komme ich da hin? Ach ja. Na. Muss ich da irgendwie ein bisschen... Müssen ich das Menü wieder wissen, wissen. Ach, ich kriege Geld. Und weiter. Feuerodem. Yay. Boss Time. Boss Time. Boss Time. Oh, das hat Zufall. Oh, das hat Zufall. Das gehört mir. Hallo. Hi. Nein. Zu weit. Nein. Zu weit. Ich gucke gerade ein bisschen auf die Aufdauer. Ob die aufdauer. Ob die aufdauer. Ob die flüssig ist. Und die scheint flüssig zu sein. Oh. Und besiegt. Ja, schrei ruhig. Danke. Nein. Das sollte jetzt nicht passieren. Au. Wie er mich immer erwischt. Noch eins. Noin. Loin. 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 Wieso ich das denn kriegen kriegen? Okay. Okay. So. Entend. Noin. Ja. Loin. Ich will den befreien Ich will es Achso, ich verstehe Ich spring einfach zu früh ab Okay, das Video ist lustig Oh, nö Der ist jetzt schwer Ich will den jetzt kommt schon ach so hier muss mich warten Herr Drache du wirst jetzt Herr Drache du wirst ja da unten aha er wischt mich immer an was machen die da hinten eigentlich für eine Party okay er ist ein Stimmengerät und die Party ist vorbei hallo du da na willst du denn eine Runde fliegen oh das da sieht er es von innen au 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 ja ja mach eine Musik draus ja 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 n j j j j j j j ich liebe dieses level ist ein musiklevel der kopf dafür keine probleme ja ich bin glückslos da was bekomme ich ein kleinling und ich würde sagen ich mache jetzt hier ein cut und bis zum nächsten part